Yo Leute, fast wieder, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute bekommt Albeck die krassesten Last Moves in uns eine Revanche gegen Raja in der Versus Türke. Es ist Game Time, Boy! So, natürlich hat sich Albeck immer was rausgesucht, was er am besten kann, und zwar es geht wieder ums Essen. Die Aufgabe für heute ist es, einen Teller Spaghetti zu essen, aber nicht, dass ihr es anders gewohnt seid, ohne Gabel oder sowas. Also nur mit dem Gesicht. Nur mit dem Gesicht. Du kannst auch mit der Nase essen, ist auch so groß. Bereit? Am besten wäre so eigentlich. Das ist ein Vogel. Das ist Vogel. Das ist Vogel, das ist Vogel, das ist Vogel, das ist Vogel, sagt der. Erinnerst mich bisher noch nicht hier. Drei! Seid ihr bereit? Ja. Zwei! Irgendwie will ich es gerade hier nicht sitzen. Eins! Los! Bäm! Monophilie! Gerade verschoben direkt am Schnürfeln vom Ketchup, der hat... Oh mein Gott! What the... Okay, einfach, du musst es nachlegen, Digga, er hat schon fast einen Teller mitgegessen, Junge. Ist, 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 oh mein Gott! Krieg er schon, ich gegessen die letzten 10 Jahre! Einmal, gib mal Gars, Digga! Gib Gas, ist, ist, Digga, mach mal was! Mach mal was! Oh mein Gott, der hat er den Teller gebrissen! Geht's am Tag gut! Digga! Geh mal Gars, Digga, was genießt du? Was genießt du? Oh mein Gott, Raja, ist das weg! Oh mein Gott! Ey, warte mal! Oh, es geht weiter! Es geht weiter, es geht weiter, es geht weiter! Ich werd nie wieder essen, so wie der Junge isst! Oh mein Gott! Was bouncst du da so, Digga? Kannst du besser schlucken oder was? Oh, einmal gegner! Einmal schon! Was fertig? Oh mein Gott! Wann ist das denn passiert? Lenk mich doch nicht ab! Is, 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 is! Schluck! It was at this moment that he knew, he fucked up. Verloren! Leute, erscheint's... Oh! Doch, ach, er gibt nicht auf! Er gibt nicht auf, aber... Aber... Eiweck ist fertig. Eiweck ist fertig, vorbei, vorbei, vorbei. Ist okay. BOOOOOMM! Dein Teller ist ja blank. In den Schrank wieder reintun, Digga-Alla. Das wird keiner merken, dass er was, wenn man gegessen hat. Junge! Ey, pass die Wand nicht an, Digga, du Behinderst! Junge, Anna, bist du behindert? Digga, bist du behindert, Junge? Du bist mit dem Wand lackiert, Digga, voll Idiot! So Leute, nun kommen wir auch schon zur Bestrafung. Du bist du... Raja hat ja eindeutig verloren. Er kriegt jetzt eine Strafe und zwar... Zwei fette Esslöffel haben wir Bestrafung. Ich soll Kokoskarten essen. Riecht du mal so Hä, riecht voll nach Kokos COCA COCA INA Ich schluck nur Mord zum Rücken Das klingt echt egal Okay, guck mal Was kann das Club mit da im Rücken voll Ihr wollt mit vollem Mund reden? Mann, ich mach erst mal Schluck ins Motor Schluck runter, komm. Schluck doch jetzt, Mann. So, ich spuck gleich. Er riecht alle. So war das aber nicht abgemacht. Ah, Dicke. Schluck mal runter, Rief. So Leute, das war's auf jeden Fall mit dem Video für heute. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst auf jeden Fall ein Like da. Ratsch, dass ich gerade die Creme aus der Nase ziehe. Verpiss dich, verpiss dich. Oh, jetzt geht's los. Ey, du ekliger Wichser. Everybody was Kung-Fu-Fighting. Rackeli. Das ist alles. Bis dann, ciao.